Hello from the other side! Dab, dab! Okay. Aus dem Alter bin ich ja zum Glück raus. Äh, was mach ich jetzt? Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Genau doch, hier. Easy. Easy peasy. Gut, die nächste Map. Wo wir gleich von Anfang an beschossen werden. Das ist sehr unterhaltsam. In Klammern nicht, kann man sich irgendwo verstecken. Oh. Oh. War das jetzt gut oder schlecht? Ähm, das ist auf jeden Fall Grafikfehler. Ich denke mal, das sollte jetzt so nicht sein. Obwohl, normalerweise kann man hier auch gar nicht runter gucken. Es heißt also, normalerweise sieht man das unten gar nicht. Hilfe. Oh, oh. Oh, oh. Ich hab die Zeltangst. Kommen da alle hoch. Na komm Kommt er? Alter Mädels Kommt der jetzt, dass er nicht von dem Fall... Ach, ich lache nochmal, ja Gut, das heißt wir müssen versuchen, die von hier aus Ich bin einfach auf den Weg, Alter Sag mal, wie lange brauchst du denn, um die Spitze zu erledigen? Alter, die lässt sich doch noch treffen hier Ach, man kann hier auch noch runter Okay, danke dafür Oh Gott Ja, okay, egal wo man hingeht, man fällt immer runter Okay Das heißt, man muss also in die Richtung Und man kommt da auch wahrscheinlich nicht mehr hoch, oder? Kann das sein? Ach so, ja, fuck Ich wollte gerade die K-Taste drücken für Fly-Mode Aber ich bin da gerade kein Mind-Test, sondern hier Doom, ne? Ist ein bisschen, ähm, ja Diverse Kommt, okay, wir versuchen das einfach mal hier ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Schalalala So Ah Klar, Alter, ach Mann, ey, ich bin doch so behindert Schieß einfach mal, ey, ich gucke einfach... Kann ich auch mal in Ruhe einen Satz sagen, oder dass ich gleich hier von angefickt werde? Also, egal Schnauze jetzt hier Boah Äh Du tot Du tot Soll jetzt hier Konzentration speichern Kommt ihr hier an uns ran oder bleiben jetzt da hinten? Alter Alter Ich verstehe mich gerne abschießen, nur die Frage ist, kommt ich überhaupt nicht da hinten? Oder, also kommt die überhaupt näher, damit ich auch nicht anvisieren kann? Oder bleiben wir jetzt da hinten? Ja, stopp halt Nee, die Die bleiben da hinten, dann kann ich das auch vergessen Jetzt erschieße ich auch noch meinen Soldaten oder was? Warum rennt der eigentlich? Nee, komm, ich bin zu blöd Na dann halt nicht Dann klauen wir uns halt halt die Munition und verpissen uns dann gleich mal, tschüss So Easy peasy lemon squeezy So bei dir Hab ich euch noch getroffen, diese Munition Äh, mach doch das mal Nein, hallo, was ist hier los? Ja 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 Das war grad dumm Ja, ist doch dumm, das ist doch ultra dumm Oh Mann, Alter Immer dieser scheiß riesigen Fahrstühle Ich würde quasi hier warten, bis jeder einzelne Feind hochkommt Das kann dauern Oh Mann, ey, was machen wir denn jetzt hier für ne Scheiße Die kommen auch nicht Ach Scheiße, Alter Kann ich irgendwas machen, ohne gleich Sensor zu begehen? Nee Ich weiß nicht, wo ich wieder los Du komm mal her Du komm mal her 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 Ach du komm, da hin Ich schieb dich gleich rein, Junge, ey Was ist hier los mit dir? Komm mal her, komm mal her Du Jude. Ich hasse dich. Deine ganze Sippe. Du bist so dumm. Du bist eine Schande für Seldar. Geht doch! Geht doch! Schieß doch mal! Geht doch! Schieß! Genau so soll das sein. Und die Eiswege sind wohl die, die... Ach du Scheiße, ich bin Fick. Das kann dauern. Das kann dauern. Okay, ich denke mal dafür. Oder nicht. Ach du Scheiße. Ich glaube, das haben wir geschafft. Komm mal kurz mit. Geht den Weg. Genau hinter dir. Ich bin halt. Ja, du größte Pär, wir haben wir geschafft. Wir haben Scheiße geschafft. Oh Gott. Oh, Mini-Gunner. Und jetzt ist dasig. Oh Gott. Und jetzt ist dasig. ja klar jetzt ist sie natürlich da oben oder war das das wo ist aber auch schon hart was hier gemacht hallo ok ok so versuchen wir darauf zu gehen hier ist ein teleporter sehr angenehm ich liebe es nicht so zu verschwenden ich liebe es ist schon wieder hier ok dann brauchen wir das auch nicht machen dann versuchen wir auf der andere Seite zu gehen ist hier irgendwas das ist ein Schalter und viel Lava wo ist mit yellows da hinten du hast ja wohl ein bisschen hot up ne ist das gut oder ähnlich so ok wo denn wo denn wo denn ich schlag dich gleich da oben du alter jetzt du kleine geldgeile Hure jetzt wenn er da oben ist kann ich ihn einfach mal ignorieren das bringt doch alles ich muss jetzt hier irgendwo hin oder nicht leute kann ich natürlich nicht schön ich auch nicht der schalter bringt mich nur noch da oben ist hier auf der seite auch ein schalter der mich auch einfach nur wieder nach oben bringt oder kriegst du auch mal was besonderes einfach mal die fresse halten junge bringen wir doch mal wieder nach oben ah nee hier ist die Tür sehr schön oh ups oh are you fucking kidding me Alter, ich wollte mich so verarschen. Oh Mann, schon wieder diese Kinder, die in der Wand rumstehen. Ich hasse euch. Nein, du da ist. Das ist gut. Hilfe. Wo bin ich denn jetzt? Hallo? Du? Äh. Wow. Oh Mann. Ernsthaft, jetzt? Was soll denn der Mist? Awww. So. Alter. Da. Kriegst du echt die Krise? Bin ich hier eiskalt hier reingelaufen? Ah. Ich bin hier. Perfurt war die Krise. Ah. Ah. Oh Mann. Ah. Wow, wie war das genau auf die Kante gepackt, seit hier? Blink, 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 tatü, 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 tat, lassen wir das mal. Okay, oh, hier ist ein Schalter. Ja, der öffnet jetzt genau was? Möchte ich jetzt wieder runtergehen oder? Eher nicht so. Was hat dieser gutaussehende Schalter jetzt genau gemacht? Der schon wieder, Alter, leck mich. Ach, da hinten, die Dinger runtergefahren. Ah. Okay. Okay. Das heißt, ich kann jetzt hier... Wo denn? Drin. So, wo ist jetzt hier dieser Kaku-Demon? Ich höre ja an, da unten Kaku-Demon. Entweder du kommst raus oder ich komm rein. Ja. Du bist ja aus. Aber erst mal suche ich ein bisschen Shotgun-Munition. Damit ich doch nicht die 20-Schachtel verschwende. Ist hier auch eine 20-Schachtel? Ach nee, wäre rot und die Vierer gewesen. Na gut. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Oh. Schau mal in den an. Schau mal in den an. Deine Mutter. Boah, Alter. Ich höre schon wieder so viel. Also hier unten hat auf jeden Fall mindestens ein Pinky rum. Oder ein Spectrum. Eins von beiden. So, okay. Geht mich hier lang. Hm, gut. Dann gehen wir mal ein bisschen bei Türen rein. Ich gehe mal hier rein. Okay. Geht mich mal wo denn? Scheiße, Alter, ey. Da müssen wir immer aus den Wellen kommen müssen. Bittig gut. Oh, ja. Oh. Wo geht der wohl hin? Ja. Ich hasse es rum, teleportiert zu werden. Oh, shit. Oh, shit. Bitte keine Monster. Okay. Keine Monster. Hat sich auf der Seite auch was geöffnet? Nö. Sehr schön. Muss ich da runter? Wahrscheinlich. Ach, leck mich doch. Oh, Gott. Nein! Aber ich muss ja sowieso runter. Oh, scheiße, Alter. Ich will nicht mehr leben. Ich will nicht mehr leben. Gut. Da will ich jetzt nicht hier runter. Dann kann ich mich von hier aus die Gegner einzeln erledigen. Ich hoffe so. Was ist das hier? Ach, ein roter. Nein! Ich bin natürlich so bescheu, Alter. Wo wir da sehen. Schwanz. Und jetzt? Geht's doch alles gar nicht. Diese Map mag mich nicht. Ich wollte... Ich bin gesprungen. Du Fuhre. Gib mir hier mein Sold. Thanks. So, easy. Damit ich hier nicht andere und diese Dinger aufsammle. Kann ich eigentlich wieder zurück teleportieren? Nö. Ist ja manchmal so, dass Teleporter, wenn man zurückgeht, die an... 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 Die an einem anderen Ort bringen. Falls sie so als Art Secret. So. Jetzt muss ich also hier aufpassen. Und muss versuchen, hier die Gegner einzeln zu erledigen. Vor allem den Wevernand. Was natürlich eher weniger als gut funktioniert hat. Was natürlich eher weniger als gut funktioniert hat. Oh nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Äh, hier ist nichts. What? Scheiße, da ist da noch einer. Oh, Alter. Ach, leck mich, Alter. 29% Leben, ihr wollt mir doch alle verarschen. Nein, man... Junge! Okay, ich muss erst mal den MacCubus-Ur erledigen. Schwanz. Ed, komm. So. Boah, ich höre immer noch diesen Kaku-Demon. Ich weiß nicht, wo der ist. Und Revenant ist ja auch noch irgendwo. Vor allem, was muss ich jetzt hier machen, um da raufzukommen? Außer beten. Ich komm hier nirgends von mir hoch, oder? Hä? Ja, ich weiß nicht, wo der ist. Oh, okay. Ich fick mein Leben. Okay. Okay. Oh, okay. Warum kommt der hier runter? Arschgegurt Junge Ähm Alter Wie viel die einsteckt, ey Die schluckt ja fast so viel wie meine Oh, okay Ah, okay Grundlos jetzt war eigentlich nicht viel Weil wir jetzt gerade keine Shotgun brauchen Aber gut zu wissen, dass es sowas gibt Ahhhh Ahhhh Ah, ich hab mal ein bisschen abgekürzt Leckt mich Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott Können wir hier jetzt alle rein? Oder wie oder wer oder was? Halt, wir können vielleicht mal hier die Munition mitnehmen Wo war die jetzt? Thanks So, durchschießen können wir wahrscheinlich nicht Weil die kannst du nämlich auch nicht Von daher Ich versuch's mal Aber, war klar Das wird nichts Glas ist leider solide Wobei leider Äh Wohl eher zum Glück So, wir haben mal den schönen, braven Weg weg zurück Ah, kommt ruhig her Komm ruhig her Komm ruhig her Komm ruhig her Du Hurensohn Ich fick den Oma Wo ist der jetzt ja, oder? Äh, nein Hallo Hallo Wow Leckt mich Ist ja gleich zwei Stück Hier Doppelpaket, oder was? Oh nie Noch einer Noch einer Ihr wollt mich doch hier Verarschen Oh, ein bisschen netze Ich hab dich gehört, also zeig dich auch Mach mal Junge Weiß bei mir Kannst du dir einer Großbruder erzählen? Alter, der Viech da oben kommt, ist dann aber auch ein bisschen an, ne? Das macht dich ein bisschen nervös Leckt mich Okay, lassen wir Was ist da hin? Ich hör es hier irgendwo Ich hab ne Krise Geht ne Krise Er kriegt Paranoia. Achso, war das jetzt sinnvoll hier rauf zu gehen, hier rein zu gehen? Ne, ne? Nicht wirklich. Och man, also langsam. Jetzt kannst du ihn ein bisschen auf den Sack. Wo muss ich denn jetzt schon wieder hin? Jetzt bin ich wieder hier. Ach, Herr Männchen. Ach, Leute. Kann mir irgendjemand sagen, was wir jetzt machen müssen? Kann ich da so rüberspringen? Einfach so? Ne, 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 das reicht nie im Leben aus. Das bisschen Anlauf reicht nie im... Ach, leg mich. Ach Gott, Alter. Ach Gott. Das macht mich gar geil. Was zur Hölle muss der jetzt hier machen? Das Ding ist auch noch oben. Ach, wir haben ja jetzt den Geld Key. Ich hab ja. Was jetzt jetzt können wir das Ding aufmachen? Ähm. Ah. Hallo? Oh mein Gott. Gott. Ich mag das. Ich weiß, ich hab mich wieder einen Minigunner. Ich hab den einen geholfen. Ich hab den jetzt mal wieder einen Minigunner. Durch die Wand durch oder so? Wir reden hier nicht das erste Mal. Ah, okay. Oh nein. Oh nein, Arschweil. Ah. Ist das gut oder schlecht? Oh nein. Wo bin ich denn irgendwo? Ah! Jawoll! Komm her. Und jetzt so? Gibt es hier irgendwas besonderes oder so? Hm. Also hier schauen wir eher nicht so. Aber trotzdem schön, dass es da ist. Wo, 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 wo. Okay, ich lass mal hier ein bisschen was später hin. Holy fuck! Hey, hier! Kommt da her! Ich hab hier was für euch! Okay. Ich hab hier mal hier. Oh, Mann! Oh! 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 Sehr schön! Oh! Oh! Ich wurde hier doch gerade von hinten angeschossen. Äh, ja. Abgeschossen. Also, versucht er weiter. Und wo denn? Oh! Warten werden! Ja, fuck! Wohin? 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 Ah, haben die Händen die Dinger aufgetan, sind die jetzt zurücklaufen? Ah, das war vielleicht. Alter, ich wollte mich doch verarschen. So, jetzt hab ich irgendwo was für die rote Karte aufgetan, aber das ist scheinbar nicht hier unten, das hält ich uns wieder raus. Das war hier. Das ist die erste ehrliche Treppe, muss man nicht mal so sagen. Ach, ach du kacke, okay, ich seh schon, ich seh schon, was wir geöffnet haben, das Ding hier. Arschloch. Was zur Hölle ist falsch mit euch? Noch einer, noch einer, noch einer, oh mein Gott, oh mein Gott. Alter. Diese Möp geht schon wieder viel zu lang. Was jetzt? Ich hätte diese ganzen Runterdinger, Runterfahrstühle und so weiter hier fahren können. Okay jetzt. Mami! Da ist auch noch einer. Alter. Ist hier ein Doppelpaket oder was? Bonuspack. Ah, vielleicht noch einer? Was für eine Frage überhaupt. Egal, wie viele Seiten hatten die Dinge hier eigentlich. So, waren das alle? Waren alle. Sehr schön. Okay. Achso, hab ich noch geladen? Ja, hab ich. Wie kommt denn jetzt hier rauf? Ach, hier. Ah, okay. Cool, ey. Was zur Hölle? Ähm. Hä? Hab ich gerade was falsch gemacht? Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Was? Ah. 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 Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal so langlaufen und jetzt warten, bis der Timer sagt. Ah, okay, so ist das geplant. Ja, ich habe die ganzen Fiedler schon von außen abgeschossen, aber normalerweise ist es so gedacht, dass man nicht so schlau ist und die Feuer abschießt, sondern einfach rumläuft. Und wenn man dann das Ding öffnet, man quasi, die alle hier noch leben, und man dann quasi hier drinnen von den allen abgeschossen wird. Was natürlich absolut pornös gewesen wäre, ganz klar. Wobei ich ganz dankbar bin, dass es uns nicht passiert ist. So, mal gucken, wo wir lang müssen. Okay. Aha, hier. Schau damit. Ich komme hier wahrscheinlich eh nicht mehr zurück, denke ich mal. So, was hat sich jetzt hier gerade geöffnet? Hat sich überhaupt noch was geöffnet oder nicht? Oder wie, oder was? Nee, irgendwie so nicht, so, ne? Kann das sein? Ich gehe auch nochmal hoch, nicht, dass wir da oben was vergessen haben jetzt, oder übersehen haben, oder so. Wahrscheinlich müssen wir hier nichts mehr machen, und wir können einfach wieder gehen, aber ich gucke mir das trotzdem nach. Aber nein, hier hat sich nichts getan, das heißt also, wir können tatsächlich einfach gehen. Gut. Dann tun wir das auch. Ähm, ja, dann tun wir das. Ähm. Ah. Aha. Klappe jetzt. So. Damit haben wir jetzt die rote Karte. Hat ja auch nur drei Jahre gedauert. Vor allem, wo müssen wir jetzt wieder hin? Von da kamen wir. Können wir auch wieder langlaufen? Ja, können wir. Sehr schön. Ähm. Jetzt müssen wir hier lang, und die ganzen Weg wieder zurück, die wir eigentlich nur real zufällig lang gelaufen sind. So, wir brauchen was, was blau ist. Das heißt, wir können da noch nicht lang. Okay, kommen wir auch nicht lang. Wir müssen also hier unten wieder runterspringen, und dann den ganzen Weg wieder von unten langlaufen. Schwanz! So. Was rotes. Wir brauchen was rotes. Die Frage ist, kommen wir hier? Ja, wir kommen hier raus. Nani! Von wo denn? Ah, wir brauchen was rotes. Wenn wir da reinfallen, können wir doch wieder raus? Ja, kommen wir. Äh, ah doch, kommen wir. Okay, ich höre schon, worauf das hinausläuft. Irgendwo ist ein Arzt, weil... Äh. Hä? Alter, seht ihr das hier? Das ist schon so ein, naja, Bug. Mehr oder weniger. Oder es ist einfach gewollt. Da fehlt quasi einmal die Textur, die runter geht. Ach, Mann, ich hab jetzt gebrochen, die Munition auch zu sammeln, nur weil mir zwei Schuss fehlen. Ich hab' die Verschwendung. War flug da, finde ich, faked. Ich geh' mal flug, finde ich, mach' einfach mal auf, so lange kann jetzt hier. Nee. Äh. 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 Nee. Natürlich nicht. Ist ja, am. Einflantoor. Kalk man mal was kommt. Dann komm ich noch mal wieder hoch. Fuck! Okay, ich muss hier gleich von Anfang an ein Kessel. Aber wo kommt der überhaupt? Ah! Gut. Fässer kommen also auch mit hoch. Das heißt, ich kann den einfach gleich bei dir fässern. Digga, wieso? Hat der dich schon wieder belebt oder was? Digga, wie schnell ist denn der Bastard? Alter! Schwanz, Alter! Das ist aber schon echt hier, ne? Schon nicht mehr normal ist das schon. So, was jetzt? Hier hinten ist noch ein Schalter. Okay, der Schalter macht erstmal offensichtlich nichts. Ah! Hä? Da ist ne Wand davor. Hecklos, ja. Der Bruder lebt immer noch! Schwanz, komm mal! Und wo denn? Ah! Okay. Ich verstehe schon, verstehe schon. Ach, die Verschwendung hier immer, Alter. Ich muss noch mal gucken, ob ich mal irgendwo eine Mod her bekomme, mit dem man dieses automatische Aufsammeln von Munitionen unterbindet. Dass man da immer irgendwie ne Tasse gedrückt haben muss. Oh, das geht schon echt hart auf den Sack. Knauze! So. Wow, 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 wow! Na komm. Was nutze ich jetzt? Ahhhh! Heißt aber auch, dass da hinten an die Munition nicht mehr rankomme, oder? Einfach mal testen. Doch, komm ran, sehr schön. Kommt ich auf die andere Seite ran? Ja. Sehr schön. Wir lassen uns mal ein Teil der Maps ja halt, die sinnvoll ist. Ah, da haben wir auf den Krieg. Hä? Kommt ich gar nicht durch. Ähm, was genau soll uns das dann jetzt bitteschön hier gerade bringen? Ich verstehe das nicht so ganz. Ich gehe einfach mal zurück und hoffe mal, dass das hier sich irgendwie erklärt, auf den anderen Map-Geschehnissen. Aber irgendwie eher doch nicht so. Alter, was ist hier los mit dieser Welt? Hä? So, jetzt haben wir immer noch nur die rote Karte. Gibt es hier noch was, was man mit der roten Karte machen kann? Gibt es hier noch was, was man mit der roten Karte machen kann? Nein, ich gehe auch nicht. Ich gehe auch ein Kreuz von Spektoren. Der F-Console. Das ist immer noch einer. Der Schwanz! Bringt das auch nicht mal was. So, hier kommen wir nach wie vor auch nicht hin. Ja, sag mal, ist der denn jetzt hier, wo muss der denn jetzt hin? Oh Mann, ey. Also, wir haben die rote Karte, wir haben aber noch nichts, irgendwie was gefunden, wofür sich die rote Karte lohnen würde. Geschweige denn, haben wir die blaue Karte gefunden. Ist irgendwie alles hier noch ein bisschen so, naja. Macht nicht allzu viel Sinn. Hier ist auch nichts, nach wie vor. Wird man doch da irgendwas machen müssen? Ich weiß es doch gar nicht. Dort gibt es doch gar nicht. Bist du hier was? Nein, auch nicht. Oh Mann. Oh Mann. Oh, 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 oh. Wow. Oh, 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 oh. Hallo? Ich darf also dabei nicht so nah am Teleporter stehen. Vielleicht sollte ich mal mit der versuchen? Keine Chance. Ich glaube, ich habe das richtig gemerkt. Da kamen Schutzwände. Los! Und jetzt so? Bööö? Äh? Ah! 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 Das kommt sowas von überhaupt kein Sinn, aber egal. So, jetzt sind wir wieder hier. Ach, aber hier war doch auch offen diese blaue Tür, oder? Nee. Ah doch, hier unten, genau. Hier war das, wo war hier rein? Die Treppe hier, die Treppe und so. Die Treppe, Treppe! Treppe, Treppe, hurra! Oh mein Gott, das ist gefickt. Ja, das fangt an bis Geburt! Schnauze! Holy fuck! Alter, unsere Gesundheit ist da nicht so gut aufnehmen, ne? So, ist das hier für hoch? Ah, ja. Also, ich meine, wir müssen es nicht, weil wir haben ja brutelt, da kann man ja auch so hier schießen, aber wenn man Vanilla Doom spielen würde, dann könnte man halt nicht nach oben und unten zielen. Also, muss man halt hier rufen, damit man da schießen kann. Ne? So, die Frage ist, was hast du jetzt gerade geöffnet? Gute! Ne, ich will lieber nicht mit. Ah, ein Teleporter! Okay. Wow! Okay, hier end die Farbe. So, dann versuchen wir uns nicht einmal aufeinander zu setzen. Das schaffen wir vielleicht gar nicht so leicht. Ah, diese scheiß Kack... äh... Pinkie ist schon da jetzt gerade hinten. Scheiß Pinkies, alter. Die blockieren die Spinne. Ja. Da kommst du halt hier. Ja, top an. Wow! Scheiße. Ähm, wir sind gefehlt, kannte. Die haben die Spinne zerlegt?! Wie könnt' bitte so ein Pinkie für Spinne zellen, Digga, die hat Plasma. Jetzt mal ohne Scheiß. Ach, komm mal, alter, jetzt hier. Oh, jetzt machen wir mal. Wow! Digga, wie viel Lute hier auf einmal! Denkt mich. Ach, von hier hin? Ja, okay. Ja klar, ich steppe natürlich sofort. Instant. Einfach so. Einfach, wo es Spaß macht. Aber erstmal alles rauslocken hier, ne? Alles, was irgendwie gibt's, irgendwie mal... Können sich ja alle schön in die Köpfe einschlagen. Hilfe! Hilfe! Bitte nicht auf'n Ronny! So, jetzt wollen wir mich erstmal hier um die Los Zoules. Die gibt's nicht, was du sagst. Leck mich halt. Wo bist du? Wow! So, wer hat jetzt hier vorne noch überlebt? Okay, eine Spinne lebt noch. Schieß! Schieß, Spinne! Jawoll! Booyah! Nein, nein, nein! Boah, alter! Ey, man muss doch schon auf der Aufsendung des Umgebung hier aufpassen, ne? Ich hab sogar zu viel... Ich geh dann mal! Tschüss! Holy fuck! Ist der doch alle bekloppt! So, liegt der Spiel jetzt noch? Nein! Ich bin jetzt natürlich tot! Nehm ich dich? Nein, ich nehm lieber dich! Nein, hallo! Booyah! Wo komm ich schon wieder die ganzen Los Zoules her? Oh Mann! Da... Da versucht man sich auf eigenes Gegner zu konzentrieren und der kommt jetzt mit dem neuen Sol zu sagen Fick dich! Wo komm die her? Kann man jetzt auch wieder von drinnen, oder was? Denk mich doch halt. Ähm, so... 35 Leben wollte ich gar nicht versuchen. Ja, ganz schade. Ja, ganz schade. Okay, du... Redcom. Kannst du mal die Klapparten hier? Deck damit hier! Dekka! Was ist denn los mit denen? Haben die doch keine Gewerkschaftsbegründe, oder was? Alter, hier abgeschmutz Katze, Alter! Woher? Wo, Alter? Was ist denn jetzt hier? Ja, war doch klar. War doch klar! Arschgeburt! Wieso kann ich bitte schon nicht rumschießen? Meine Fresse, Alter! Hallo? Danke schön! Danke schön! So! Noch mehr unerwünschte Gegner? Ich höre Pinkies. Und zwar mehrere. Die Frage ist, wo sind sie? Wo sind sie? Oh, okay. Ich schätze mich kurz hier lang? Ach, da sehe ich sie schon. Erst mal ein Halfpack mitnehmen. Vielleicht sollte ich sie ihm auch aufheben. Letzt mich schon. Was sind die Frage... So... Ah, jetzt wird es noch eine andere Seite. Okay Was ist das hier? Okay. Oh nein. Uh oh. Oh, du Scheiße. Ja, schieß halt. Dankeschön. Die Falkes hatten sich jetzt hier machen. Aber jetzt, abgesehen vom Stern natürlich, ganz klar. Und dann, 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 dann. Okay. Da war eine Schalterplatte. Alter. Was zum Wort. Da, wo sind diese Dinge hin? Wieso könnte ich mich bei jetzt schon, 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 schon wieder, schon wieder bei wegrennen bin. Ja. Ach, Leute. Die, die im Spektrum, die jetzt, noch nicht mal gejuckt haben, weil, die nicht so sanh, es sind noch nicht, sonst. Das war's für heute. Ach man, Alter. Ich fick mein Leben und zwar anal. Warum? Vaginal, weg hier. Wo ist dieser scheiß blau Schalter, Alter? Wie wenn du's denn... Na. Habe ich den bisher immer übersehen oder kommt der erst später? Warum habe ich immer dieses scheiß Menü hier offen? Ja genau, einfach weg. Na komm. So, Rinder. Ficken. Letzter hier. Hä, ist das wieder nicht da? Oh, wollt ihr mich verarschen? War doch grad da. Ach, leck mich halt. Ja komm, nee. Ja komm, nee. Oh, schießt das Ding jetzt wieder. Okay, ich muss das Ding also erst aufmachen und dann nochmal raus rumrennen. Ich habe schon wieder einen Peek hier von hinten oder was? Diese Spectre hier, die gehen mir so hart auf den Sack. Vor allem in dieser scheiß hohen Textur hier, weil die so kontrastig ist, du siehst dich einfach gar nicht sein, ich freue mich hier auch und ich versuche noch viel mit den Tabletien anzulegen, weil ich werde jetzt einfach von allen Seiten geschossen, von daher kann ich hier nur wegrennen. Ich werde einfach noch ein bisschen aufhetzen hier, da war zwar ewig, da habe ich die Folge bitte besuchen über 3 Stunden, von daher. So, ich stecke mir alle hier hinweg. Das ist doch schon, ne? Ja, das war's! Ja, schön! Was ist denn da hinten? Wieso schießt denn? Ach, der hat sich da noch wieder geschlackt. Der ist also abgelenkt. Das heißt, ich kann ihn hier schön weglocken. Uah! Und kann jetzt hier in alle Ruhe reingehen. Easy! Das war mal ne, Walter. Holy Shizzle! Oh, und die Map ist ja dunkel. Wie ich grad sehe, ja? Licht. Okay. Alter! Ich will gar nicht wissen, wie lang die Folge jetzt grad war. Neu ist es ja klar. Erstmal zwei Gigabyte, also... Ja. Eine Stunde. Gut. Okay. Könnte schlimmer sein. Aber was sonst. Gut. Gut, dann würde ich mal sagen. Ja, das war's mit der Folge. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, ähm, wieder. In Hoffnung, dass die nicht ganz so lang wird. Ja.